Oh, der Home-Armer! Achso, okay. Ist es gut oder schlecht? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist jetzt hier mein Temperaturscanner und ich bin zu heiß. Deswegen piept es eindeutig. Das sieht auch nicht mehr so gut aus. Da würde ich auch nicht einkaufen wollen. Kann ich verstehen. Vollstes Verständnis. Das würde mir auch Angst machen. Gehst du auf? Geht das auf oder geht das jetzt nicht auf? Achso, der Markt verschließt sich von mir. Achso, achso, Mann. Ach, so ist das. Cool. Aber kurz nochmal hier. Schau, ob hier noch was ist. Ja, da. Da brauche ich eine Münze. Und da. Achso, ah, um da ranzukommen. Okay, gut. Ich brauche eine Münze, um den Wagen rausnehmen zu können. Und dann. Das geht nicht. Achso, das ist echt die Hölle. Und ein Albtraum. Man kann nicht aufs Klo. Hier hat auch einmal Mr. Bean in einer Sketch-Show mal gesagt. Nein, bedauere Toiletten gibt es hier leider nicht. Ähm, wenn Sie Ihre Bibel gelesen hätten, wüssten Sie, dass es Verdammnis ohne Erlösung heißt. Was hast du? Ob kann das bei einem Blöden blöden blöden? Äh, ja, ja. Bedauern Unabhängigkeiten und... Ihr könnt euch an uns an einem Arsch denken. So, ich gucke dich nicht an. So, ähm, was gibt es hier? Also das Angebot hier im Markt ist echt miserabel. Ja, genau. Genau. Einkaufswagen, Schub-Simulator. Oh, was war hier? Ach, da brauche ich auch eine Münze. Ne, kann ich... Okay, brauche ich auch eine Münze. Ähm. Hm. Bist du Freund, euer Feind? Wahrscheinlich ist das der Geist von ihr, die hier rumspukt. keine Ruhe findet. Ich glaube, diese Puppen werden hier noch irgendwas machen. Okay, ich bin ja noch. Geht dich eigentlich mal gut. Wo ist denn den gelben? Ja. Schön. Das interessiert mich so gar nicht. Ich würde es ja betreten. Ja, schneiden. aber ich habe nichts zu schneiden. Es gibt zwar Glas und alles, aber das kann ich nicht aufheben. Ich wusste es doch. Was haben die Spiegel zu bedeuten? Die Spiegel, die sich nicht spiegeln lassen. Ja, jetzt ich packe die Taschen aber auch noch. Da. Nichts. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ordentlich Gänsehaut. Hm. Oh, cool. Was? Ja. Okay. Jetzt komme ich hier lang. Okay. Don't look at me. Oh. Ehh. Hm. Oops. Ah, hier. Oops. Cool. Ah, Munition. Cool. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich mittlerweile hier so viele Sachen, dass ich... Ähm, schon... Einiges... Ja, hi. Achso, ja. Okay, jetzt bin ich hier. Ich brauche auf jeden Fall... Wie komme ich da rein? Oops. Okay. Äh, ja. Es ist der Itemscanner. Oh, komm mal. Was? Ernsthaft? Bisschen schon bedrohend zu finden? Hä? Oh. Wie? Okay. Aha. So cool. Cool. Äh, aber... Das will ich noch nicht machen. Ich will nämlich nicht... Ja, hier sieht das. Das kriege ich nicht auf so. Ich muss nämlich da erst was scannen. Ah. Ah. Hier waren jetzt... 2,50. Das geht da nicht auf. Oh. Oh, come on. 3,99. Genau. Äh. Gut. Und dann bin ich jetzt hier schon mal. Das geht da nicht auf. Da war das. Hier ist das. Hier bin ich dann dort wieder. Genau. Und hier ist dann das. Genau. Und hier ist dann das. Und hier ist das. Warum? Stopp. Machig mich! Oh, oops. Okay, zeige ich, was ich sehen muss. Okay. Ja. Verdammt. Oh mein Gott. Oh, cool. Okay, wo sind die anderen Spiegel? Ich brauche die anderen Spiegel. Hier ist ein Spiegel anscheinend. Da ist sie. Hier. Hier. Was ist da? Aha. Den habe ich doch schon hier. Ja, den habe ich ja schon, genau. Kann ich sie so vielleicht ablenken? Okay. Beziehungsweise. Oh. Es ist eine Fusebox. Sicherung. Okay. Ah. Es geht wirklich. Cool. Cool. Das geht. Ich kann sie so von mir ablenken. Okay. Ach so. Äh. zwei, zwei, fünfzig. Fünf. Okay. Zwei, drei, vier, fünf. Gut. Okay. Aber das. Und vier. Okay. Oh. Nein. Das funktioniert nicht. Ein, zwei, drei, vier. Oh. Dann haben wir schon mal zwei Münzen. Dann hier. Das ist ein Lock mit einem Korn. Das ist perfekt. So. Was du anscheinend nicht weißt. Ach das. Ah. Das erhöht das Ziel. Man kann die Münze eigentlich auch wieder rausnehmen. Ja. Hey. Ihr seid neu hier, oder? Hm. Okay. Ähm. Die andere Münze. brauchte ich ja dann für diesen Fotoautomaten. Der war ja hier drüben. Da hinten. Genau. Okay. Mal gucken, was das triggert. Oh Gott. W-w-was? Ja, was erwartest du denn? Hm. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ähm. 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 Ja. Das hat jetzt alles nicht. Das gebracht, was ich. Oh. Nicht das gebracht, was ich wollte. Ich hätte gehofft, dass ich die Sicherung kriege. Aber vielleicht ist sie ja. Zufällig. Ähm. Hier irgendwo drin. So. Was war jetzt hier? 399. Das kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Hier waren 2,50. Das kriege ich aber hin. Das. 1, 2. Äh. Eine Münze. Okay. So. Die haben wir schon. Die haben wir ja auch schon. Gut. Dann geht's jetzt hier lang. Das sieht so weck. Das sieht so weck. Das sieht so weck. Schön. Bringt mir aber trotzdem nichts. Uh. Das ist nicht gut. Einmal dich. Ganz nett. Ähm. Da komm ich definitiv nicht so ran. Ne. Gibt ja auch anscheinend keinen anderen Weg. Ich überleg grad kann ich. Ich überleg grad kann ich. Ähm. Ähm. Oh ne. Ich dachte es sieht vielleicht irgendwelche. Sachen hier. die da helfen könnten, aber nee. Scheint doch nirgends angeschlossen zu sein. Okay, ähm, oh. Cool. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass das damit nicht geht. Aber cool. Ähm, Batterien habe ich noch genug. Ähm, noch, mhm, mhm. Einkaufsmark, hey, verstellte Frau. Okay, ja, das war... Ach. Neh, das nehme ich jetzt ab. Ach ja, okay. Genau, ja. Du nirgst nur. Okay, ähm, ich brauche den... Code. Okay, den... So, knacken. Was... Vor allem, was... Äh, was bergen ist. Genau, am Beginn des Spielkommens. Etwas wäre jetzt auch mein... ...Gedanke gewesen. So... So... ... ... ... Ist das nur ein paar? Gar nicht so einfach. Was warst du? Ah, Moment, Moment. Durch die Linse der Sicherheitskamera. Ah, okay. Okay. Na dann. Okay, gut. Das ist natürlich doof. Ja. Muss ich den Strom erst mal einschalten. Mitarbeiterraum. Okay. Hier ist Strom. Hier ist das. Da ist ein Telefon. Aber das bringt mir jetzt nichts. Okay. Okay. Okay, gut. Ah, okay. Das Viech wieder kommt. Genau so. Ha. Auch gleich mal. Nee. Nein. Falsch. Dich. Ja, mit einer Pistole ist das schon alles viel angenehmer. Wenn man sich wehren kann. Was natürlich gleichzeitig auch den Horror aus vielen Horrorspielen nimmt. Äh, ich mein Lockhart im Gerät stecken. Das ist ein bisschen dumm. Und spinn geschoben. Kein Problem. Ja. Achso. Ohne Strom. Gut. Ähm. Dann. Kümmern wir uns mal um den Strom. Äh. Achso. Ah, okay. Ich seh schon. Achso. Okay. Okay. Ähm. Dann würde ich erst mal. Äh. Hier ist das. Das ist jetzt nicht übersetzt worden. Aber. Kein Problem. Office. Aus. Ähm. Die Büros. Die Waren. So. Mitarbeiterraum. Genau. Da. Büros. Jetzt kann ich mich hier hinwählen. Geh und fuckse dich. Ja. Genau. Go fuckse yourself. Erhöre die Ausdauer. Schön. Also auf Englisch ist der Spruch auf jeden Fall einiges besser. Vorher macht er auch dann mehr Sinn. Haha. Das ist cool. So. Der Geschäftsführerraum. Genau. Als nächstes. Umkleide. Überlege ich gerade. Umkleide. Ah. Moment. Ähm. 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 Wo war das denn? Das war. Hier. Ach ja. Jetzt hat er hier Strom anscheinend. Gut. Okay. Hier. Da. Vier. Eins. Und. Notieren. Vier. Eins. Fünf. Schlau. Zwei. Ha. Cool. Echt gut gemacht. Jetzt kann man die beiden Sachen schon mal nehmen. Okay. Vier. Fünf. Zwei. Vier. Eins. Fünf. Zwei. Cool. Bild. List um drei. Keinem was es bringt. Aber. Ja. Gesundheit. Klar. Oh. Das ist ja richtig. Krass. Ja, das hat sich ja gelohnt. Gut. Dann haben wir das alles. Ähm. Wie kann das denn aus? Als nächstes die Mitarbeiterräume. So, Mitarbeiter ist dann hier. Das ist dann ja auch schon mal unser Strom wieder. Perfekt. Und hier können wir jetzt eine Münze wieder reinmachen. Äh, okay. Ja. Ach, scheiße. Ach nee, Moment. Egal. Ich wollte gerade sagen, weil der Strom ja aus ist, aber... Oh. Stimmt, das ist meine Lebensenergie dran gewesen, ganz vergessen. Voll vergessen, echt verrückt. So, hier. Hier ist ein locktes Locker. Äh, ernsthaft. Hup, ah. Äh, ja. Äh, danke. Finde perfekt. Okay. Oh, du wirst, äh, du wirst mein Thumbnail. Oh, geil. Oh, cool. Ja. So, was mag ich. Cool. Oh, danke. Äh. Ja. Das funktioniert nicht. Ach so. Äh. Äh. Wie geil. Wie geil. Wie geil ist das denn? Oh, mein. Das ist so cool. Ah, hier ist auch noch was. Da ist... Ich ziehe dann jemanden in den Abnachrichten. Er sagt, sie war immer ein bisschen verrückt. Wir wussten nur nicht, wie sehr. Okay, ja. Ein bisschen Wahnsinn muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Okay. Äh, wofür... Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, ob ich das brauchte. Sie durchsprinten hier. Ah ja. Oh, ups. Oh, scheiße. Okay, okay. Ähm. Da. Da hoch. Ja, gut. Das werde ich gleich machen. Da hoch. So, was? Kannst du mir aufhelfen? Jo. Perfekt. Nicht das. Ah ja. Danke. So, ähm. Oh, shit. Ähm. Ja. Mal kurz. Ich will so nochmal kurz gucken, ob hier was ist. Ne, das nicht. Oh, cool. Ich mag euch viel Golden Mets mittlerweile. Oh. So. Genau. Das kann ich jetzt damit aufbrechen. Gut. Okay. Wartungsröhre. Wartungsröhre. Da sollte ich nicht lang. Geräusch. Da kommt gleich irgendwas. Hier bewegt sich was. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Sonst habe ich den Haarschnitt, der mir nicht gefällt. Ich habe gerade diesen Serraten hier drin sein sollen. Und wahrscheinlich kommen auch dann welche. Da ist, da ist ein Spiegel. Ich habe einen Spiegel. Oh, woah. Oh, du bist da. Kamala. Ich habe einen Spiegel. So, sorry. So, wo ist sie denn? Da ist der Spiegel. Da ist einer. Ich sehe sie nicht. Hm. Irgendwo muss sie sein. Die sind da schon mal sehr gut. Aha, ich habe genau gesehen, was du getan hast. Hm. Da ist auch noch Zeug. Dich brauche ich. Moment, Moment. Da ist mein Schalter an der Tür. Und der Strom muss da sein. Okay. Okay. Ähm. Muss ich wahrscheinlich dann. Da ist die Tür. Oh. Da ist der Schalter. Da brauche ich äh, Sicherung wieder. Die ich nicht habe. Oh. Das wollte ich nicht. Aber es ist anscheinend trotzdem okay gewesen. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel oder wenig ich hatte. Moment. Da ist ja eine Tür. Da ist ja eine Tür am Tisch. Nee. Da ist nichts. Okay. Ich brauche eine Sicherung. Die gottverdammte Sicherung. Ja. Die Sicherung. Okay. Gut. Das kriege ich da nicht auf. So. Sicherung ist. Da. Genau. Strom ist schon mal da. Und. Dann brauche ich jetzt gleich. Ich. Hm. Oh. Das sind die Dinger von denen. Okay. Davor versucht sie abzuhauen. Und das. Okay. Dann müssen. Ah. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Yes. Entschuldigung. Ich verstehe. Der Herr an. Gut. Gut. Okay, geschafft. Puh. Okay, hier ist jetzt der Strom, den ich jetzt wieder ausschalten muss. Okay. Nicht schlecht. Geil. Mach richtig Spaß. Okay, ich kann den da gar nicht ausschalten. Okay. Okay, wie komme ich dann da jetzt am besten lang? Hm. Das könnte ein Problem werden. Obwohl, die Sicherung. Stimmt, ich nehme die Sicherung einfach raus. Die brauche ich hier sowieso nicht mehr. Ha. Ich bin genial. So, Spielzeug. Hier brauche ich eine Münze. Okay, die ich ja nicht mehr habe. Aber vielleicht. Was haben wir hier? Warum macht es da ein bisschen mehr so ein Web? Äh. Moment. Aber jetzt ist sie im Eisschrank. Oder ich lebe jetzt meinen ganzen Tag? Ich lebe die hinzu. Okay. Ähm. Also im Dainer im Eisschrank. Ähm. Moment, mal kurz den Text mal weg. Hören Sie, ist besser. Okay. Ach so. Ah, okay. Okay. So. Ach ja. Ich brauche die Spielzeugfiguren dafür. Ah, schade. Und die habe ich nicht. Okay. Wettungsbereich. Ist aber hier. Ich werde ja den Bereich abspüren. Jupp. Okay. Moment, nochmal. Gehen Sie sich da rein. Ich werde jetzt derzeit lange passgenut stehen. Ungefähr. Ah, okay. Ach so, hier war ich ja schon. Genau. Den Text kenne ich schon. Ach gut. Okay, dann geht es jetzt hier lang. Es ist blockiert von der anderen Seite. Oder auch nicht. Gut. Wir haben jetzt die Sicherung auf jeden Fall. Äh, ja. Haben wir. Krass. Ja. Ja. Ach, und hier mal. Bei List jetzt Stufe 1 und. Ah, okay. Okay, cool, 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 cool. Nicht schlecht. Gut. Ich würde sagen, das reicht erstmal. So für den ersten Part. Wahrscheinlich sind es sogar zwei, drei schon geworden. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie spät es gerade ist. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier noch endet. Und ja, was am Ende wirklich der Plot-Trist noch ist. Und ich hab so das Gefühl mittlerweile, dass meine anfängliche Vermutung nicht wirklich zutrifft. Mich würde es am Ende jetzt auch nicht wundern, wenn auf einmal sich herausstellt, dass ich diese durchgeknallte Frau bin. Oder die vielleicht gar nicht so durchgeknallt ist. Oder, ja, vielleicht ich sogar die Frau bin. Und diese Dämonen, Monster, Viecher, Sicherheit, Personal oder Zivilisten waren, die ich dann umgebracht habe. Oder sowas in der Art. Ja, würde mich alles nicht wundern. Und fände den Plot sogar, also wenn das wirklich zutrifft, fände ich den Plot trotzdem cool und überraschend. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal sehr positiv über das Sprintspiel. Ist nicht einfach so ein ständiges Jumpscare-Fest, sondern wirklich die ganze Zeit so eine Angelegenheit. Angespannte Stimmung und das macht meiner Meinung nach auch ein gutes Horrorspiel aus. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Dax.